Hi, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es meine Bücher, die ich gelesen habe von Autoren mit F. Außer Ken Follett, da gibt es dann ein extra Video. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge es dann kommt. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal. Und zwar, das erste Buch ist von Joanne Fetler, Weiberabend. Und da geht es um auch eine Joanne, die sich mit ihren Freundinnen ohne Kinder zur Pyjama-Party trifft in einem Landhaus. Und je weiter der Abend schreitet, je mehr Gläser getrunken werden, umso mehr fallen die Hüllen und umso ehrlicher werden die Damen. Ich fand das Buch nur so mittelmäßig gut, ja sogar unterdurchschnittlich gut. Ich glaube, es hätte von mir zwei Sterne, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Es war unterhaltsam, aber es hat mich irgendwie auch an Sex and the City erinnert, an diese eine Szene, wo Charlotte sehr ehrlich wird, nach ein paar Gläsern Sekt oder was sie da auch immer trinken, Cocktails, und ja, von ihrem Leben als Mutter erzählt. Daran hat es mich schon sehr erinnert. Es war okay, nett für zwischendurch, aber man muss es nicht lesen. Ja, das habe ich übrigens 2010 gelesen. Ich weiß gar nicht, ob mich das immer interessiert, wenn ich das dabei lese, aber gut. Als zweites habe ich dann Katie Ford, eine ungewöhnliche Begegnung, das habe ich mal auf einem Krabbeltisch irgendwo entdeckt und dachte, ach Mensch, für zwei Euro muss das mal mitnehmen. Das hat mich echt überrascht, weil es sieht ja sehr schnulzig aus vom Cover her. Es ist auch irgendwo sehr schnulzig. Es geht hier um Hattie. Die erwischt ihren Freund auf frischer Tat mit, ich glaube, es war seine Sekretärin oder so, also sehr klischeehaft. Sie muss dann einfach raus, sie muss raus aus der Wohnung, sie hält das dann nicht mehr aus und sie zieht dann für eine Zeit auf das Anwesen ihres Großonkels Sam, der im Krankenhaus liegt und eigentlich soll sich ihre Mutter um dieses Anwesen in dieser Zeit kümmern. Aber jetzt, wie der Zufall es dann so will, dann passt es ja gerade gut, wenn sie eh einen Tapetenwechsel braucht, dass sie in dieses alte Haus zieht, um auch auf andere Gedanken zu kommen. Ein Haus, da hat man viel mit zu tun, so denkt sich auch die Mutter. Und da wird sie dann schon eine Zeit beschäftigt sein und kommt auf andere Gedanken und wird mal wieder fröhlicher über die ganze Nummer. Dieses schöne Anwesen hält dann viele Überraschungen bereit und es taucht auch noch Sams Erbe Connor auf. Und Connor, der wird im Dorf Connor der Barbar genannt und ist auch so richtig für uns als, ich hätte jetzt fast gesagt, für uns als Erzähler, nein, für uns als Leser ist er sehr unsympathisch irgendwo. Also er kommt richtig, wie ein Barbar auch rüber ist, so ja, ja. Das Buch hat mir gut gefallen, ist eine unterhaltsame Geschichte, sind die Charaktere, das ist mir bei dem Buch besonders aufgefallen, die sind sehr liebevoll ausgearbeitet. Man findet Hattie so sympathisch, man erfährt Stückchen für Stückchen mehr über sie und was sie dann im Endeffekt aus diesem alten, was ist es jetzt, ist es ein Cottage, ist es ein Herrenhaus, es ist auf jeden Fall, was sie daraus macht, ist sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut und ja, kann man gerne lesen, ist wirklich zu empfehlen. Dann kommt als nächstes von Joy Fielding, Das Herz des Bösen. Das habe ich 2014 als Hörbuch gehört und ich muss euch sagen, ich weiß nichts mehr von dieser Geschichte und ich habe euch ja jetzt schon Bücher vorgestellt aus 2004, 2005, die mir dann Stückchen für Stückchen wieder einfielen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, aber von diesem Buch weiß ich nichts mehr. Und wenn ich mir den Klappentext durchlese, dann kommt auch nichts. Das ist, als wenn ich das nicht gelesen hätte. Sehr seltsam. Ich lese euch das mal eben vor, was ich mir jetzt daraus klamüsert habe. Und zwar geht es um Valerie Rowe und die ahnt, dass ihr Mann Evan, Evan, sie wegen einer jüngeren Frau verlassen möchte. Einige Ereignisse führen dazu, dass sie sich mit ihrer pubertären Tochter und ihrer verhassten Rivalin in einem abgelegenen Luxushotel in den Bergen wiederfindet. In den Wäldern hat sich vor kurzem eine grausame Mordserie ereignet. Das ist so, was der Klappentext aus dem Internet hergibt und ich finde, das hört sich echt total interessant an. Aber es ist weg. Es ist wirklich ausgelöscht. Also kann ich euch auch nicht sagen, wie ich das Buch gefunden habe. Vielleicht sollte ich mir das mal irgendwann nochmal als wirkliches Buch angucken. Dann habe ich gelesen von Sebastian Fitzek das Paket. Das habe ich 2016 als Hörbuch gehört. Da geht es um die junge Psychiaterin Emma. Die wurde in einem Hotel vergewaltigt und verlässt seitdem das Haus nicht mehr. Sie war das dritte Opfer des Serienmörders der Friseur. Sie ist das dritte Opfer vom Friseur. Er rasiert den Frauen den Schädelkahl, nachdem er sie missbraucht hat und bevor er sie umbringt. Irgendwann eines Tages kommt der Postbote und bringt Emma ein Paket für einen unbekannten Nachbarn. Daraufhin verdächtigt sie ihren Mann. Und dann nimmt das Ganze so ihren Lauf, seinen Lauf, seinen Lauf. Ich fand das Buch schlecht. Mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Überhaupt gar nicht. Ich fand Emma sehr seltsam. Mit Emma wurde sie überhaupt nicht warm. Ja, sie ist ein Opfer und ja, ihr sind schlimme Dinge passiert, aber ja, ich fand sie einfach unsympathisch. Ich wurde mit dieser Frau nicht warm. Dann fand ich die ganze Geschichte seltsam. Ich fand, ja, die Auflösung hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand die Auflösung so schlecht und auch der Weg, wie es da hinkam. Also, ja. Aber das soll jetzt auch kein Hate-Video werden. Das habe ich gelesen bzw. gehört und das gefällt mir nicht. Jetzt kommen ein paar Bücher von Ken Follett. So, die haben wir ja im anderen Video. Als nächstes geht es dann weiter mit Mary Foss. Mit der, ich muss mal gerade gucken, wie heißt sie, mit der Green Mountain Serie. Davon habe ich den ersten Teil im November 2017 auf Spotify gehört. Und habe jetzt peu à peu, eins, zwei, drei, vier, fünf Bände gehört. Ich finde diese Serie, den ersten Teil fand ich super gut. Also, super gut. Ich hätte ihm jetzt mal so aus dem Gefühl raus vier Sterne, würde ich sagen, gegeben. Es hat mich gut unterhalten. Man erfährt sehr, sehr gerne mehr über die Familie Abbott. Ich fange mal vorne an. Und zwar geht es um Cameron. Sie erhält den, sie hat eine kleine Werbeagentur. Sie ist auch noch ziemlich jung. Also, was heißt ziemlich jung? Mitte, Ende 20. Hat aber schon eine eigene Firma. Deswegen ziehen mich jung. Und erhält den Auftrag, für die Familie Abbott einen Online-Shop einzurichten. Weil Familie Abbott hat, die wohnen in Vermund, eine Kleinstadt. Und die haben so einen kleinen Laden, so einen, ja, wie das in so Städten da, in so Kleinstädten ist. Es ist halt sehr ländlich beschrieben. Und ich glaube, es ist auch das einzigste Geschäft in dem ganzen Dorf, was es da so gibt. Also ist es ein Geschäft, was so alles vertreibt und alles sehr ländlich aus der Region. Das wollte ich sagen. Aus der Region. Auf jeden Fall fährt sie dann zu der Familie Abbott zu einem Gespräch mit dem Vater Abbott, um halt den Auftrag zu kriegen, weil sie braucht auch diesen Auftrag. Sie kann sonst die Löhne ihrer Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. Es sieht also nicht so gut aus für ihren kleinen, für ihr kleines Unternehmen da. Auf dem Weg dorthin hat sie einen Autounfall und hat, ja, die erste Begegnung mit dem Dorf-Elch Fred. Der wird einfach liebevoll so genannt, weil der immer mal wieder auftaucht. Der ist auch nicht wirklich menschenscheu. Und sie rast halt oder kollabiert mit Fred zusammen und ihr Auto ist ein Totalschaden. Will Abbott, der Sohn des Auftragsgeber, gabelt sie dann auf. Und er ist, ja, total gut aussehend natürlich, wie das in so Büchern sein muss. Aber auch sehr unsympathisch anfangs. Aber, ich meine, man sieht es ja auch schon am Cover und man hört es an dem Titel Alles, was du suchst. Diese beiden werden sich dann auf kurz oder lang finden. Und wie das dann so kommen wird und wie es dazu kommt, wollte ich sagen, das erfahren wir in dem ersten Buch. Und ich fand das wirklich recht unterhaltsam. Mir war die Familie Abbott total sympathisch. Und man erfährt also schon, es ist eine Großfamilie, es sind zehn Geschwister. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen mit der Green Mountain Serie befasst, dann weiß man, dass, ja, oder man ahnt, dass jedem dieser zehn Geschwisterteile ein Buch gewidmet ist. Und, ja, was ich nicht erwartet hätte, anhand dieses Covers sind diese sehr vielen, sehr heißen, sehr bis ins Teil, bis ins Detail beschriebenen Sex-Szenen. Also, es war teilweise schon eher ein Erotikbuch als ein Liebesroman. Hätte ich so im ersten Moment nicht gedacht. Ich habe gedacht, es ist eine reine Schnulze. Muss man wissen, bevor man es liest. Weil wenn man sowas jetzt gar nicht mag, dann ist es nichts für einen, finde ich. Im zweiten Teil, den fand ich auch noch sehr gut, da sind wir mit Hanna unterwegs. Da ist Hanna unsere Protagonistin. Das ist die ältere Schwester von Will. Von der erfährt man auch im ersten Teil schon ein bisschen mehr. Und zwar ist Hennas Mann Caleb gestorben. Vor vier, äh, vor sieben Jahren als Soldat im Krieg, im, ich komme nicht mehr drauf, wo, ja, peinlich. Okay, auf jeden Fall ist der im Krieg gestorben. Und, ähm, sie ist halt noch in der Trauerbewältigung und, ähm, aber es ist nicht depressiv geschrieben. Es ist trotzdem sehr humorvoll geschrieben. Also man ist jetzt, man wird nicht in einen Sog gezogen oder so. Es ist wirklich, ähm, man sieht in diesem Buch, wie sie so Stückchen für Stückchen, ähm, sich da rauskämpft. Und wie die Familie ihr auch hilft, da wieder rauszukommen. Ähm, ja. Und wen sich, äh, die liebe Hanna dann da, kein Tag ohne dich, ne, also wird sie ja auch irgendjemanden kennenlernen. Aber dazu sage ich mal lieber nix. Genau, aber auch hier in diesem Buch wieder sehr viele heiße Sexszenen, mehr Erotik als Liebesschnulze. So, dann kommt der dritte Teil. Der hat mir, ähm, nicht so gut gefallen. Da geht es um, äh, Colton. Und, äh, Colton hat eine Affäre und niemand weiß davon. Bis das irgendwann, Will und Cameron, die wir ja aus dem ersten Teil kennen, äh, äh, sich, ähm, ins Ferienhaus der, ähm, der Eltern, er wird quasi einnisten wollen, um ein paar Tage, ähm, Abstand zu bekommen, äh, weil sie auch beide sehr viel arbeiten und so. Und, ähm, da erwischen sie dann Colton mit seiner heißen Affäre. Auch wer diese Affäre ist, möchte ich nicht sagen, ähm, weil sonst die Spannung ein bisschen raus ist. Was ich sagen möchte, warum mir das Buch nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Thematik sehr, sehr, sehr an Will und Cameron erinnert. Also, man hat stellenweise das Gefühl, man erlebt die gleichen Dialoge, man erlebt, ähm, die gleichen Geschehnisse, die gleichen Handlungen. Alles wird irgendwie nochmal so ein bisschen aufgeköchelt. Es ist sehr an den ersten Teil angelehnt. Das, ähm, hat mir nicht so gut gefallen. Trotzdem habe ich weitergemacht mit dem vierten Teil. Äh, schenk mir deine Träume. Da begleiten wir Hunter. Hunter ist so ein bisschen aus den Vorromanen als so der Spießige, der Unnahbare, so ein bisschen. Der war mir unnahbar in den, in den Vorbänden. Ähm, er ist auch der, ähm, wie sagt man, der Theoretiker. Er ist in dem Familienunternehmen für die Lohnbuchhaltung, ähm, ja, fürs Personalwesen und die Buchhaltung. Also Lohnbuchhaltung und die Finanzbuchhaltung zuständig. Und, ähm, er ist immer sehr, sehr gut gekleidet. Ich habe ihn mir vorgestellt, ähm, so beim Lesen als so ein richtiger Stadtmensch mit Anzug und, ähm, hübschen Schlips. Und die anderen sind halt mehr so ländlich auch gekleidet. Die sind halt praktisch, äh, pragmatisch, ne? So. Ähm, ja, und, ähm, da möchte ich jetzt auch nicht mehr zu verraten, weil wenn ihr das noch lesen wollt, ähm, würde ich sonst jetzt zu viel sagen. Ähm, ähm, das hat mir wieder ein bisschen besser gefallen als der dritte Teil. Ähm, es war wieder spannender, weil es wieder neue Voraussetzungen waren. Also es ist nochmal eine andere Geschichte jetzt gewesen. Ich habe eben schon gesagt, Hunter war mir in den Bänden zuvor immer als sehr unnahbar. Und, ähm, als der am unsympathischsten aus dieser Familie. Aber in dem Buch hat der mir wirklich unfassbar gut gefallen. Der hat da wirklich, ähm, ähm, ja, mit dem ist was passiert. Ja, man durchlebt das so ein bisschen, ähm, der entwickelt sich einfach im Laufe der Geschichte sehr zum Positiven. Der hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen. Wobei auch hier wieder gesagt werden muss, es ist schon sehr erotisch. Also, ja, ich habe mich in der Serie so ein bisschen vertan. Ich hätte das vom Cover her nicht erwartet. Trotzdem, wie ihr seht, habe ich fünf Bände gelesen. Also scheint es mir ja doch irgendwo gefallen zu haben. Wobei der fünfte Teil wieder etwas, äh, schwächer wird. Wir begleiten in diesem Teil Ella. Und, ähm, Ella, ähm, da sage ich jetzt auch, glaube ich, nicht so viel. Das erfährt man auch, glaube ich, schon in den vorherigen Wänden, ist schon ewig in Gavin Guthrie verliebt. Und Gavin Guthrie ist der Bruder von Hennas verstorbenem Ehemann. Ähm, von dem Buch habe ich mir so viel erwartet, weil im Vorhinein immer schon so angedeutet wird, dass dieser besagte Gavin, ähm, so ein bisschen, äh, der Bad Boy ist, der, ähm, in ein Loch gefallen ist, als sein Bruder gestorben ist, was man ja auch verstehen kann, der so ein bisschen in diese böse, dunkle Szene gerutscht ist, ähm, der sich prügelt, der seinen Eltern Kummer macht, der trinkt. Und, äh, das hört man halt so in den Vorbänden so ein bisschen raus. Und dann war es einfach so flach. Es war so, ja, ich habe halt mit Eskapaden, mit heftigen Szenen, mit Streit, mit, mit ein bisschen mehr Handlung, habe ich gerechnet. Aber es war so, der wurde so schnell zum Schäfchen, wo ich so dachte, ach, doch, nö, hoch, es sollte doch ein Bad Boy sein. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, und das war für mich irgendwo so enttäuschend, weil, ja, die Spannung vorher wurde so aufgebaut und dann ist es so ein Puff. Und dann ist es ein liebes, zahmes, frommes Lamm, was dann, ja, froh ist, seine Ella gefunden zu haben. Und ob das dann mal so schnell geht, ich weiß es nicht. Ja, war mir ein bisschen enttäuschend. Deswegen habe ich auch im Moment keinen Drall, den sechsten Teil zu lesen. Mal gucken, ob das mal dann noch kommt. Schauen wir mal. Als nächstes beim Buchstaben F, jetzt wirkt es mal ein bisschen spannender, ähm, habe ich gelesen von Andreas Franz, ein Thriller, Jung, Blond, Tod. Da geht es um einen Serienkiller. Äh, in Frankfurt, was, das fand ich mal echt cool, ähm, weil ich sonst sowas, ähm, jetzt hört sich das total doof an, aber sowas Regionales, äh, habe ich so noch nicht gelesen, äh, vorher. Ähm, und wir sind da quasi mit der Ermittlerin Julia Dorant unterwegs, Dorant, ich weiß nicht. Ähm, und die muss in diesem Buch in der feineren Gesellschaft nach Hinweisen suchen. Ich will mal gerade angucken. Ich habe das Buch 2005 gelesen und ich fand das damals riesig gut. Ähm, ich habe mir dazu aufgeschrieben, sehr spannend und fesselnd, weil das sagt jetzt sehr viel aus. Ähm, gut, und nach so vielen Jahren weiß ich jetzt auch bis ins Detail nicht mehr genau, worum es geht. Aber bei den Sachen, die ich erst vor kurzem gelesen habe, komme ich auch irgendwie so immer ins, ähm, ne, erzählen, dass es vielleicht nicht mal nicht so verkehrt ist, wenn da mal ein paar Ältere dazwischen sind. Dann habe ich, äh, von dem Autor noch, weil es mir so gut gefallen hat, ähm, das verließ gelesen. Auch ein Thriller, da geht es um den Autohändler Rolf, der verschwindet spurlos. Und Rolfs Frau hat schon länger ein Verhältnis mit seinem besten Freund Werner. Das weiß ich noch darüber. Und auch dieser verschwindet spurlos. Aber wie das ausgeht, weiß ich auch nicht mehr. Wenn ihr das gelesen habt und ihr wisst das, schreibt mir das mal bitte unten rein. Ähm, ja, weil ich so ein bisschen, ähm, ja, nicht Tagebuch, aber ich würde halt gerne meine Bücher so ein bisschen festhalten. Und, ähm, für die, die ich jetzt neu gelesen habe, schreibe ich mir dann auch immer das Ende dazu. Ähm, das ist mir jetzt gerade auch bei Nevernight ein bisschen praktisch, weil wenn es dann um den zweiten, äh, in den zweiten Band weitergeht, dann kann man sich, je nachdem, wie viel Zeit dazwischen liegt, den ersten Teil einfach nochmal so die Stichpunkte durchgehen und ist direkt wieder in der Geschichte drin. Ich stelle mir das praktisch vor. Mal gucken, wie sich das so, ne, ob sich das auch als so praktisch erweist. Dann habe ich von der Autorin, Tana French, und die fand ich wirklich, die schreibt so toll, ähm, habe ich einen Thriller gelesen, Sterbenskalt. 2013 habe ich das gelesen. Der hat mir super, super gut gefallen. Ich finde wirklich den Schreibstil richtig, richtig gut. Ähm, und zwar geht es hier um Frank, äh, äh, oh Gott, Frank Mockay. Mosay, Mosay, ich kann schon wieder meine Schrift nicht lesen. Ähm, und der glaubt jahrelang, dass seine Teenie-Liebe Rosie ohne ihn aufgebrochen ist. Bis 22 Jahre später ihr Koffer und die Fährentickets, ähm, also zwei Stück, die ja, also Herr wollte damals mit ihr zusammen weg mit der Fähre, und diese Tickets werden in einem alten, abbruchreifen Haus in seiner alten Straße gefunden. Und durch diesen, ähm, und dadurch, dass das alles da in dieser Bruchbude gefunden wird, ich nenne es mal Bruchbude, Um diesem Ganzen auf die Spur zu kommen, muss Herr wieder sich seiner Vergangenheit stellen und an den Ort seiner Kindheit zurück, und zwar sein Elternhaus. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Ermittler, ne? Frank Mockay, Mosay. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich von dieser Autorin auch noch Schattenstill gelesen. Der Schreibstil, den fand ich auch wieder klasse. Ich habe das Buch gelesen, obwohl mir die Thematik nicht so gut gefallen hat und ich manches nicht nachvollziehbar fand und ich, ähm, ja, wohin das Ganze sich dann entwickelt hat, fand ich auch nicht gut. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich sage nur kurz, es geht um Broken Harbor. Das ist eine Wohnsiedlung, eine neue Wohnsiedlung, Wohnsiedlung, die aber wie ausgestorben ist, weil sie sehr ungünstig angelegt wurde von der Stadt. Ähm, auf jeden Fall wird in dieser Wohnsiedlung in einem Haus, werden zwei Kinder erstickt in ihrem Betten gefunden, Vater und Mutter sind niedergestochen, Vater tot, Mutter im Krankenhaus, ähm, und die Wände sind durchlöchert in diesem Haus. Und da begleiten wir das Ermittlerteam und finden heraus, wie es zu den Löchern kam, was mit den Kindern passiert ist, was mit Mutter und Vater passiert ist und, ähm, man lernt die Nachbarn kennen. Ja, und, ähm, ja, wie gesagt, schreibst du gut, aber die Geschichte nicht gut. Und auch, ähm, mir hat einfach nicht gefallen, äh, mir hat einfach nicht gefallen, wo es dann im Endeffekt hingegangen ist. Ich, ähm, ja, damit kann ich irgendwie nicht, das ist mir nichts. Dann habe ich gelesen von Susanne Fröhlich, Moppel ich. Das ist ein humorvoller Roman, in der Susanne Fröhlich, ähm, über ihren Kampf gegen die Funde erzählt. Und ich bin, nicht schon immer, aber so seit ich 16 war, irgendwie immer stetig auseinandergegangen. Und deswegen war es für mich mal ein, ähm, lustiger Roman über Diäten und, ähm, habe ich sehr gerne gelesen, hat mich gut unterhalten, ähm, ja, weil sie halt auch manche Diäten mal kritisch unter die Lupe nimmt. Und, äh, ja, im Endeffekt muss sich jeder wohlfühlen. Und wenn man sich so wohlfühlt, wie man ist, dann soll man doch auch so bleiben. Das habe ich aus dem Buch mitgenommen. Dann habe ich von Susanne Fröhlich, weil mir die Art, wie das Buch geschrieben ist, so gut gefallen hat, äh, Lackschaden gelesen. Äh, das habe ich 2013 gelesen. Das ist ein Roman aus der Andrea-Schnitt-Reihe. Da weiß ich aber jetzt erst im Nachhinein, dass es wieder eine Reihe ist. Äh, ja, leider habe ich, glaube ich, dann jetzt nicht den ersten gelesen. Auf jeden Fall geht es hier, ähm, über Andrea-Schnitt. Und sie hat pubertierende Kinder, die nicht mehr mit ihr redet. Sie hat einen Mann, der lieber auf dem Golfplatz ist, als zu Hause. Und, ähm, sie kommt so langsam in die Wechseljahre. Und es ist ein lustiges und sympathisches Buch, aber das hat mir nicht so gut gefallen, wie moppel ich. Und deswegen habe ich auch sonst kein weiteres Buch mehr von ihr gelesen. Es war so nett für nebenbei, aber es war jetzt auch nichts, was einem so wirklich vom Hocker reißt. Dann habe ich von Cornelia Funke Tintenherz gelesen. Ähm, aus der, ähm, Tintentriologie. Ähm, da geht es ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen muss, das ist ja ein Jugendbuch und es geht um einen unheimlichen Gast, der nachts bei Maggie und ihrem Vater Mo auftaucht. Und, ähm, sie fahren dann, oder sie flüchten zu Tante Elinor und dann passieren ganz seltsame Dinge. Ähm, für mich war das nichts. Also, mir hat, ähm, die Geschichte nicht gefallen. Ich fand das Buch zäh. Ich konnte nicht an einem Stück lesen. Ich, ähm, ja, war zwischendurch, ohne dass ich das jetzt böse meine, aber es war mir langweilig zu lesen. Es war mir nicht mitreißend. Es war, ja, weder der Schreibstil noch die Charaktere haben mich mitgerissen. Wisst ihr, wenn man schon mal so Probleme mit dem Schreibstil hat, dann finde ich, dass einem, wenn das nette und liebe und sympathische Charaktere sind, dass einem die über den Schreibstil hinwegtrösten kann. Oder aber auch umgekehrt. Wenn einem die Charaktere nicht sympathisch sind, aber es ist ein unsagbar guter Schreibstil, dann liest man das Buch ja auch meistens, äh, ne, gerne zu Ende. Aber da hat mich nichts mitgerissen. Das, ich hab mich wirklich da durchgequält. Ich hab es zu Ende gelesen, aber es war wirklich, ich hab mich gequält. Und, ähm, ja, im Endeffekt hätte ich es wohl besser abgebrochen, weil so, ja, hat es mir irgendwo nichts gegeben. Und, ähm, es ist schade, viele lieben das ja so, aber ich hab keine Muße, den zweiten und den dritten Teil noch zu lesen. Ich hab es mittlerweile auch nicht mehr im Regal stehen. Ja, schade. Weil die Geschichte, die Grundstory klingt ja cool, dass die Geschichte aus dem, oder dass man als, als Mensch ins Buch gezogen wird und so, ne. Ja, schade. das waren meine Bücher mit Autoren, äh, die mit einem F anfangen. Und, ähm, ich glaube, jetzt muss ich auch gleich meine Tochter vom Kindergarten abholen. Das heißt, noch ein Video in diesem Pullover werdet ihr dann nicht mehr sehen. Und, ähm, bei G starten wir frisch im neuen Outfit und wahrscheinlich wieder vor, äh, gewohntem Hintergrund mit Blümchen und so. Macht es gut. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, Vielen Dank.